Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und ich habe lange kein Video mehr gemacht und ja, wir spielen heute Bowmasters, das ist ein wirklich krasses Game, was ich heute gefunden habe. Und es gibt auch verschiedene Charaktere und ich habe schon ein bisschen gespielt, dass ich was kann, das ist halt irgendein Astronaut und er kann zum Schluss halt einen Mega-Move machen, aber ein paar andere machen. Ja, ich benutze mal den. Ich werde gegen Chang-Wu-King. So, jetzt muss ich genau zielen und auf ihn sacht werfen, aber ist ein bisschen brutal. Und er wirft einen Einhorn. So weird. Ah, ich werde den. Der Fortschneider hat, oh. Das ist ein vieles Damage gemacht, was der Herr? Bam! In sein Bow. Der Fortschneider. Der Fortschneider. Der Fortschneider. Oh, vor den seinen Nacken. Werf! Ha, 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 ha! Nee, nee, nee. Du, 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 tsch! Da! Finish him! Finish him! Genau wie bei Mortal Kombat. Der Fortschneider. Fatality! Jetzt kommt eine Rakete auf ihn. Und ich habe gewonnen. Das Spiel macht voll Bock, das einzige Böde ist, dass erst später noch die Multiplayer-Modus gibt. Machen wir mal Apple-Shooter. Oh, es kommt hier nicht. Ist das Luigi? Ist das Mario? Babel und Schuss. Der Doktor, der kam auf von einem Bogenschief. Das habe ich gehört. Seht ihr, das ist wie einer aus einer Serie. Doktor Sick. So, ein Apfel. Das muss ich genau zählen. Ah, er fällt daneben. Schlaf nicht ein, Mr Sick. Ja, ich habe ihn getroffen. Bitte, 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 bitte. Ah! Ne. Wacht auf, Mr Sick. Ich sag fast Stick. Sniper. Win this chest watcher video. Nö. Wider geht mein Computer. Und diesmal benutzt. Ist das Sparta? Viele haben voll. Zum Beispiel der, diese Pater Mime. Wenn der auf den Bucket auf mich wirft, blute ich einfach. Voll komisch. So, Mr Sick gegen Shovel-Dämon. Okay, gegen Schaufel-Dämon. Ich schieße es. Äh, Piu. Oh. Schießt der Schaufeln? Oh, oh. Oh, oh. Ah. Ah, Alter. Das wirst du mal rein. Verdammt. Du musst voll hoch zielen. Und. Tsch. Und. wieso? Warum bin ich so schlecht? Ah. Ich bin sprachlos. und jetzt trifft er mich. O, mein Gott. Jetzt bin ich so. Jetzt bin ich algum. Warte, dich. Bitte trifft mich nicht. Bitte trifft mich nicht. Ich will noch leben. Ich will noch leben. Und Tschüss. Und er trifft mich. Oh, das hasse ich. Aber sonst kriege ich die nie. Oh. Was? Einfach Headshot. Leute. Boom. Finish das. Okay, der ist tot. Sowieso. Yo. Was ist der Satan? Epic. Basis. Star Wars. Ich finde es so ein Star Wars-Fall. Epic Victory. So. Wird's mal. Das muss ich jetzt mal nehm ich. Also ne. Ich nehm mal den. Der wirft Echse. Das ist ja. Ein. Pff. So, gib mir bitte einen Pfeil und Bogen. Oder krass. Tief. Tief. Angst. Angst. Spür. Hab dich. Hab dich. So, hab ich den Wa... Au, wirklich weh, Jug-Hunt. Nun lache ich, obwohl ich nicht... Äh... Ach, die Zeit! Ja! Hab dich! So! So, 15, heiliges Kind. Die sind die Besten. Einmal Handsach. Spüren! Und der ganz schlechte, Leute, ist der am Anfang. Den mag ich nicht. Aber der ist cool. Und erst benutze ich mal den... Der mit der... Mike? Bestimmt ist eine Waffe im Base. Ball. Direkt Headshot! Direkt! So, werfen wir Football ins Gesicht. Da blute ich sofort. Zack! Bin ich dran? Oh, voll daneben. Bitte trifft mich nicht! Oh! Ich denke, ich flippe leis. 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 Oh! 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 Oh, mein Gott! Oh! Oh! End shot. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Finish him! Fatality! Win! Das war's, Leute. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, gebt einen Daumen nach hoch. Also, tschüss.